Das, was ich an Age of Empires sowieso hasse, dieses 50-Stunden-Late-Game-Geficke, ey, wo einfach nur nichts passiert, außer Arm-Move irgendwo hin, bla bla. Das ist wirklich, das ist so... Also ich bin glücklich, wenn ihr es unterhaltsam findet und ich bin glücklich, wenn der Cast es gut findet, aber ich selber... Boah, macht das null Spaß, ey. Finding FFA, Alter. FFA heißt einfach, kill alle die, die noch nie das Spiel gespielt haben und dann kommt einfach irgendein Random und töte dich. Bin halt so tilted, Leute, so tilted bin ich.